Hallo, meine verehrten Damen und Herren. Eigentlich habe ich auf diesem Video noch ganz, ganz viele andere Videos am Start. Das Problem ist aber, dass wirklich jedes einzelne Video bei mir, immer wenn ich es hochlade, gelb ist. Also egal, was ich hochlade, und da kann es noch der freundlichste Titel sein, es ist alles gelb. Das Video ist vielleicht auch gelb, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier immer so supportet und wirklich auch immer in die Kommentare schreibt, immer so aktiv seid. Alter, ohne Scheiß, das war jetzt sehr zu schätzen, das ist sehr, sehr krass. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Schreibt gerne eine 73 in die Kommentare, wenn ihr bis hier geschaut habt. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Und zwar, unglaublich, Casino-Deal geleakt, so viel wurde Montana Black angeboten. Wir gucken uns das mal von Rodkey an, was er so dazu sagt, oder Rodkey, ich sage mal Rodkey, ja. Und ja, mal schauen. In der Zeit ging das Thema Montana Black und Casino mega viral. Es wurde die ganze Zeit darüber diskutiert, ob Casino nun etwas ist, was man supporten kann oder etwas, was man auf keinen Fall supporten sollte. Gefühlt alle außer Montana Black fanden es scheiße, Casino zu bewerben oder Casino selber im Stream zu zocken. Und heute hat Montana Black in seinem Livestream geleakt, wie viel er denn damit verdienen würde, Casino aktiv zu streamen. Er hat wohl ein Angebot vorliegen, was ihm 12 Millionen Euro pro Monat bringen würde. Pro Monat ist so krank. Also wäre es jetzt im Jahr gewesen, wäre das heftig. Das wäre eine Million Euro im Monat. Das wäre schon heftig. 12 Millionen im Monat ist nicht normal. Ja, also es ist für mich ein unrealistisches Angebot. Weil so selbst wenn es nur ein Monat ist, ist das jenseits von gut und böse. Und entspricht eigentlich nicht der Realität. Jetzt kannst du dir nicht sagen, mit der Reichweite. Trotz, dass Monte viel Reichweite hat, denke ich nicht, dass es sich lohnen würde da. Klar, es wird sehr publik gemacht und so. Der größte Streamer, dies, das. Aber auch wenn er polarisiert, sind das keine 12 Millionen wert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass viele das auch kritisieren. Das heißt, der Aufschwung, auch der negative Aufschwung mit diesem Casino kommt mit. Ja, es läuft ja nicht jeder Monte hinterher und sagt dann, ja, das ist gut. Sondern es gibt dann auch viele, die sich dagegen stellen. Hat man ja jetzt schon mitbekommen, ne, mit Tanzverbot. Und ja, also das ist heftig, ja. Dieser Aufschwung wäre dann extrem heftig. Klar, es würden sich wahrscheinlich viele anmelden. Aber ich denke, es würden auch viele abgeschreckt sein, was es angeht. Und dann entsteht eine Kontroverse. Ich verstehe lediglich nur jeden Tag zwei Stunden lang Livestream. Da kann man natürlich verstehen, warum er die ganze Zeit auf Krampf versucht, dieses Thema so gut zu reden. Damit er halt die Möglichkeit hat, irgendwann, wenn es gesetzlich möglich ist, diesen Deal einfach anzunehmen, ohne sich selbst jetzt im großen Maße zu widersprechen. Den Deal hat er abgelehnt. Man könnte jetzt natürlich denken, wie kann das bloß sein, dass Montana Black, der die ganze Zeit Casino gut redet, den Deal ablehnt. Und das Ganze hat wohl mit den deutschen Gesetzen zu tun. Das ist in Deutschland halt nicht erlaubt, das Casino zu streamen. Vielleicht war das auch eines der Gründe. Ja, man muss auch dazu sagen, Monte, der hat hier ein Haus gebaut. Der wollte ja anfangs nach Malta, aber irgendwie hat er ein Haus gebaut. Dann ist Memo nach Malta. Memo hat auf Monte gewartet. Monte ist aber nicht mitgekommen. Und Memo, der ist jetzt halt in Malta und wohnt dort ohne Monte. Und war halt auch abgefuckt. Deswegen haben die ja einen Streit miteinander. Und Monte ist in Deutschland. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er eines Tages trotzdem nach Malta zieht, einfach um wirklich dieses Casino-Denk durchzuziehen. Deswegen redet der das ja auch immer schön. Der sagt ja nie was Negatives zu Casino. Nie. Deswegen auch bei Tanzverbot hat er sich so blamiert, weil er nie was Negatives sagt. Liegt daran, dass der immer im Hinterkopf hat, ey, die Casinos, die geben mir so krass wie Geld. Irgendwann mache ich das, dann sichere ich mich ab. Und dann zocke ich nur noch. Ja, also ich denke, der wird auch eines Tages, selbst wenn der Millionen damit macht, wird er eines Tages das ganze Geld verzocken, weil der einen Realitätsverlust hat. Ich meine, guck mal, der dreht manchmal 100 oder 200 Euro den Spin. Ja, du drückst einmal drauf, sind 200 Euro weg. Machst du das 10 Mal, sind 2000 Euro weg. Machst du das 100 Mal, sind es 20.000 Euro weg. Und 100 Mal auf den Knopf drücken ist der beschnell. Das machst du in 5 Minuten. Ja doch, so 5 Minuten machst du das vielleicht. Also, das ist heftig. Also nur mal so die Dimensionen und dementsprechend finde ich das schon heftig. Also, ich selber habe ja auch damals Casino gespielt, eine Zeit lang. So ein bis zwei Jahre, sehr, sehr regelmäßig und relativ viel. Aber ich habe tatsächlich nicht ganz so viel Verlust gemacht, Gott sei Dank. Ich hatte das noch relativ gut unter Kontrolle. Aber die Sucht, die Sucht kickt sehr, sehr krass schnell rein. Deswegen ist Casino auch so derbegefährlich und ist nur abzuraten. Ich habe jetzt tatsächlich lustigerweise vor, ich glaube, drei Tagen oder vor zwei Tagen, hat mich eine Casino-Seite angeschrieben. Ja, mich schreiben, ich würde jetzt mal sagen, jeden Monat Casino-Seiten an und fragen halt nach, nach einer Kooperation auf Instagram und auf YouTube. Und, nee, auf Instagram und auf Twitch meistens. YouTube ist jetzt nicht so das Ding. Aber das ist schon heftig, muss man an der Stelle sagen. Weil die bieten halt auch Preise an, die sind jenseits von gut und böse. Also, da könnte ich mich dann auch absichern. Keine Ahnung, wenn ich dann mit meinen 100.000 Abonnenten auf YouTube und auf Twitch habe ich, was weiß ich, keine Ahnung, 100, 200 Zuschauer, dann kannst du teilweise, ich sage mal so, was jetzt so das beste Angebot war, kannst du teilweise, wenn sich Leute auch bei diesem Casino gut anmelden, auch viel Geld verzocken, schon 10.000 Euro verdienen. Und das nur, um Casino zu bewerben. Und das meine ich, diese Realation ist krass. Also, ich persönlich bekomme vielleicht für ein Placement, wenn es ein sehr, sehr krass gutes Placement ist, bekomme ich 2.000 bis 3.000 Euro. Das ist sau viel, ja. Also, ich finde, das sind Dimensionen. Und ich hätte niemals gedacht, mein ganzes Leben, dass es eines Tages, dass es eines Tages möglich ist, damit halt Geld zu verdienen. Dann, das mit, ja, das kommt wirklich aber immer auf die Kooperation drauf an. Es gibt auch Firmen, keine Ahnung, die bieten mir deutlich niedrigere Beträge an. Ich finde, 80, damals, ich habe immer auch 80 Euro, oder wenn man mir einen Gegenstand geschenkt hat, wie zum Beispiel einen Gaming-Stuhl, das war so jenseits von gut und böse. Also, das fand ich immer so extrem heftig. Und ich konnte das nie glauben. So, jetzt ist das halt wirklich, geht das schon ein bisschen höher, aber ich habe halt kaum Placements leider. Nichtsdestotrotz ist es schon heftig, was auch die Firmen teilweise zahlen. Man sieht es jetzt gerade bei Montana Black, man sieht es bei so vielen anderen, da bekommen die teilweise 50.000, 60.000 Euro für ein Placement. Und dann rechnet sich das auch noch. Also, es ist wirklich krass, was Influencer auch für eine Wirkung haben, für einen Einfluss haben. Das ist echt krass. Oder warum er eigentlich... Wir gucken uns dann gleich mal, ich habe den Clip eingespeichert oder abgespeichert, wir gucken uns dann gleich mal den Clip an von Monte, wo er das sagt. Ich vorhatte, nach Malta umzuziehen, aber er hat halt auch gesagt, dass selbst, wenn er umziehen würde, diese Probleme nicht beseitigt wären und es die Möglichkeit geben würde, dass er seinen Twitch-Account verlieren würde. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, wenn er die Schnauze voll hat von Twitch und von allem, dass er einen Monat einfach durchzieht, sein Kanal gesperrt wird. Ich glaube, er hat sich auch das letzte Mal kritisch gegenüber Twitch geäußert, dass auch von seiner Seite aus, dass er schon Twitch nicht mehr so fühlt wie davor. Und dass er dann die 12 Millionen in seine Tasche steckt und dann in Rente geht. Was ist eure Meinung zu der ganzen Thematik, wenn ihr an Montana Blacks Stelle werdet? Würdet ihr für 12 Millionen Euro Casino streamen oder würdet ihr sagen, das ist mega ehrenlos, ich würde das niemals machen? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefällt... Ja, es ist halt jetzt wieder... Monte lebt ja generell in der Welt, das sind andere Dimensionen. Da verdienst du im Jahr schon deine 4 Millionen und wir können das gar nicht vergleichen, wenn wir jetzt ein Angebot bekommen für 12 Millionen. Ich glaube, jeder von uns, im Begriff auch ich, ja, ich hasse Casino, ich verabscheue das, aber im Begriff auch ich, bei 12 Millionen im Monat, würde ich das machen, dann habe ich 12 Millionen, bin abgesichert, ich weiß auch, wie ich mit Geld umzugehen habe, damit ich mein Leben lang gut davon leben kann. Es gibt ja Leute, die verzocken dann das Geld, die leisten sich sinnlos dumme Sachen, aber ich glaube, ich würde mir dann halt einfach... Also erstmal würde ich auch vieles abgeben natürlich, ich würde es jetzt nicht nur für mich behalten, aber ich würde mir dann einfach sinnvoll etwas entweder aufbauen, ich denke, ich würde einfach sehr viel sparen und dann wirklich auch von dem Geld ganz entspannt leben, mir vielleicht noch ein bisschen was nebenbei aufbauen, weil den ganzen Tag nichts machen ist auch kacke, du willst ja ein bisschen was arbeiten voranbringen und ich glaube, dann würde ich halt versuchen, noch irgendwas anderes mit aufzubauen oder ich konzentriere mich einfach auf YouTube weiter, ich entspanne dann noch eine Runde und das war's. Also ich glaube, das ist dann so mein Ding und wenn ich gehatet werde oder wenn man mich halt canceln will, dann ist es mir dann scheißegal, weil ich habe 12 Millionen und es ist mir dann alles relativ schnurz, ja. Aber ich persönlich, ich glaube, ich würde es nicht mal so publizieren. Ich glaube, ich würde nicht mal sagen, wie viel ich davon bekomme oder so. Das ist wie so ein Lotto-Gewinn. Ich würde, wenn ich jetzt beim Lotto-Gewinn es halt niemand erzählen, weil das Ding ist, alle wollen dann auf einmal was von dir und denken ja, ey, du hast ja so viel Geld, kannst du vielleicht dann mal mir helfen, wenn ich in Probleme stecke. Ich denke, das Beste ist einfach bescheiden sein, dir auch nicht direkt sämtliche Luxusgüter zu kaufen, sondern einfach ein normales Leben zu führen, aber halt ein glückliches, normales Leben zu führen. Ich denke, das ist halt so das Wichtigste, also so würde ich damit umgehen. Wir gucken uns jetzt mal, ich habe das hier drin eingespeichert, wir gucken uns jetzt mal den Clip von Montana. Ich möchte euch alle hinsetzt. Wenn ihr steht, setzt euch hin. Ich habe ein Angebot bekommen von einer Casino-Seite, jeden Tag auf Montana Black, auf diesem Kanal, zwei Stunden Stream, ein Monat lang zwölf Millionen Euro. Also das ist ein Heft, es ist sehr, sehr heftig, das ist sehr, sehr heftig, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich kann es mir am besten willen, kann ich mir das nicht vorstellen, weil die Relation zu heftig ist. Du streamst jeden Tag zwei Stunden Casino und verdienst zwölf Millionen? Also, das würde sich in meinen Augen nicht rechnen, auch wenn das sehr publik gemacht wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Einige hatten schon, ich habe mir mal ein paar Kommentare durchgelesen unter meinem letzten Video, wo ich das unter anderem angesprochen habe, bei Alpha Lüse, das neue Format, was ich gebracht habe. Da hatten einige gesagt, ja, man kann es sich schon vorstellen, aber es sind schon sehr riesige Beträge. Also irgendwie ist es auch schon teilweise wieder unvorstellbar. Aber, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, bei zwölf Millionen, das ist für mich kein Angebot, was jetzt wirklich realistisch ist oder wo man jetzt sagt, ey, das kann nur stimmen. Das würde eine Firma ausgeben. Für mich persönlich ist das, also mir kommt das ein bisschen komisch rüber. Weil es gibt unter anderem schon Casino-Streamer in Deutschland, die haben auch Einfluss, auch etwas größere, die ein paar tausend Zuschauer haben, als ob die dann darauf angewiesen sind, dass ein Monte zwölf Millionen bekommt und mit seiner Reichweite, die er da hat, wenn er da 40.000 Zuschauer hat beim Casino-Stream, also beim besten Willen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das für die Casino-Seite rechnet. Selbst wenn es der größte Streamer ist. Also das ist mir irgendwie ein bisschen schleierhaft, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich bitte euch einfach, fangt niemals an mit Casino. Fangt niemals an, auch nur einen Spin zu drehen. Am besten guckt niemals Casino-Streams. Bitte lernt niemals, wie eine Slot funktioniert. Irgendwann fangt ihr dann auch an, bei mir war es genauso und dann ist es echt nicht gut. Das tut eurem Kopf nicht gut. Ihr kriegt viel Kopfschmerzen. Euer Geldbeutel wird alle und deswegen lasst auf jeden Fall die Finger davon. Ich weiß, ich kenne die Gefahren davon und deswegen habe ich prinzipiell eine große Abneigung dagegen. Bei zwölf Millionen im Monat, Hand aufs Herz bei uns allen, wir würden das alle wahrscheinlich machen und dann würden wir in Rente gehen und fertig ist. Also deswegen, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen, aber wir leben auch gar nicht in dieser Welt, wo man schon Millionen verdient hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr am Start wart und danke für den Support vor allem. Kuss geht raus. Kuss.